Spielzeug Wunderland Oh, hallo! Was könnte ich kaufen? Oh, hallo Ken! Wie kann ich dir helfen? Ich möchte für Barbie etwas kaufen. Ah, okay. Wie wäre es denn mit einem neuen Kühlschrank? Ein Kühlschrank? Ich weiß nicht recht. Nee, nee. Ein Herd? Auch nicht. Ich habe an etwas Kleineres gedacht. Hier drüben habe ich kleinere Haushaltsgegenstände. Zum Beispiel ein Fotoapparat, ein Smartphone, das hier ist ein Lockenstab, Föhn. Ah, hier haben wir einen Handstaubsauger. Äh, hast du denn auch Saugroboter? Die soll zurzeit ja total in sein. Ja, ich habe sogar eine große Auswahl. Das hier zum Beispiel ist ein Saugroboter, der auch den Boden wischt. Wow, darüber freut sich Barbie sicher. Den nehme ich. Na, so eine tolle Erfindung. Während ich Barbie von der Arbeit abhole, wird hier alles sauber gemacht. auf der Seite. Wie ist das? Äw. Bäh, 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 bäh! Bäh, 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 bäh! Barbie, ich habe eine tolle Überraschung für dich! Jetzt bin ich aber gespannt! Äh, was riecht hier denn so komisch? Oh, Eminem! Oh, Manno! Oh, nein! Oh, nein! Äh, Schatz, was ist denn? Ha? Ah! Oh, oh! So ein Mist. Bleib stehen, bleib stehen. Oh nein.